Ich weiß, dass ich jetzt was tun muss. Dass sie ein Auge auf mich geworfen haben, also werde ich wahrscheinlich nicht viel Zeit haben. Ja, sehr wenig Zeit. Aber was machen die Leute? Sie gehen auf die Straße und demonstrieren gegen den Kapitalismus. Und das ist das Spaß. Ahnung, so spinnen auch Tippis machen sowas. Aber eigentlich musst du die Krise beim Schopf packen. Du musst in den Raum, wo diese Drecksschweine sich in ihrem eigenen Dreck zuhlen. Ansonsten wird es ein Vieh, der sich halt auch Dinge zur Welt ausbreitet, bis sie nachher zugrunde leben. Das ist die Funktionsweise der Fosforum. Du versuchst, sie in einer einen Stelle zu löschen, und brennt es einfach an der Hand in Stelle weiter. Und somit wird die Deutsche Bahn brennen, und durch dieses Brennen wird er gerade ein Gleichgewicht mehr hergestellt. Sag mal, Lenny, nimmst du mir nur noch das Zeug. Was für Zeug? Du weißt genau, wovon ich rede. Nein, das weiß ich nicht. Von den Pillen. Was für Pillen?